Herzlich Willkommen in der Käserei Grand Prix Mouda im Kanton Watt. Wir sind spezialisiert auf die Herstellung von Weichkäse. Ich heisse Marc Bétain und ich bin verantwortlich für den Standort. Der Gourde Mouda ist ein Rahmkäse aus den Produktenpaletten von Grand Prix. Seine Hauptmerkmale sind seine Form, die einzigartig ist in der Schweiz und den Geschmack, den es gibt aufgrund der Käsekultur, die dazugefügt wird. Mit dem Kauf von Fair Suisse Produkten unterstützen Sie die Schweizer Milchproduktion und sorgen für ein richtiges Einkommen für die Milchproduzenten.